Endlich waren das zwei friedvolle Tage, die wir in Nordessa verbracht haben. Zwei Begegnungen waren aber doch solche, die vom Krieg uns viel spüren lassen haben. Es war die Begegnung mit einer Einheit, die dafür sorgt, dass die verwundeten Soldaten von der Front zurückkommen. Man hat die merkt, wie sehr ihnen der Krieg zusetzt. Und die zweite Begegnung ist hinter meinem Rücken zu sehen. Das ist ein Supermarkt namens Fosi. In diesem Supermarkt bin ich öfter mit der Familie einkaufen gegangen. Ich kenne auch von ihnen aus. So wie es jetzt von außen aussieht, ist das Ergebnis des Anschlages von einer russischen Rakete. Der Krieg ist tatsächlich in diesem Lande. Und trotz der Menschen, die wir in Cafés und auf den Straßen gesehen haben, ist dieser Krieg allgegenwärtig. Diese Menschen davon zu schützen, brauchen sie mehr als Transport der humanitären Hilfe. Daher bin ich komplett überzeugt, dass die Luftabwehrsysteme in die Ukraine gehören. Unbedingt. Wir müssen diese Menschen hier schützen. Und das tun wir auch. Die Gepards, die die Leute, die Deutschland geliefert haben, verteidigen diese Stadt. Jede Nacht holen sie von Himmel zwischen fünf oder zwanzig Schachets. Das sind die iranischen Drohnen, die hier durch die Gegend fliegen. Wir brauchen diese Verteidigungssysteme, damit die Menschen hier ruhiger schlafen können. Geomöhnische Musik Vielen Dank.